Kann ich dir vielleicht helfen? Ist das gut? Dieses Handy hat eine 30 Megapixel-Kamera, 256 GB interner Speicher und 64 GB erweiterbar. Außerdem hält der Akku drei Tage und du kannst dir das beste Headset aus dem Laden mitnehmen. Und ist das auch verproduziert? Das ist einfach super. Bis zum nächsten Mal.